Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Murati, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren, teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei Whatsapp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos, abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Livestream mehr. Heute tun wir die Kaffeesamen vorbereiten und Kaffeepflanzen umdopfen, das zeige ich heute euch. Und jetzt, dann magst du erst die Kaffeepflanzen machen. So. So, jetzt kommt Erde hinein. Große Brocken immer zerkleinern, wie immer. Vielleicht habe ich zu viel reingetan. Jetzt dopfen wir die Kaffeepflanze aus. So. Jetzt haben wir überall Erde hinein. Dann kriegt die Pflanze auch Nährstoffe und kann sie neu durchwurzeln. Und ich habe ein Haustier auf der Kaffeepflanze oben. Eine Spinne. Ja. Jetzt ist die erste Kaffeepflanze fertig. So, jetzt kommt das gleiche Spiel noch mal Erde hinein. Mit einem durchsichtigen, dicken Topf. Da kann man sehen, die Wurzeln. Von der Kaffeepflanze. Jetzt habe ich wieder eine neue Erde geholt. Und dann schreien ich die Kaffeepflanze an. Ich gehe hier in die Kaffeepflanze. Also, hier ist die Kaffeepflanze oberen. Und dann schreien ich hier. So, jetzt ist die Kaffeepflanze fertig. So, jetzt gießen wir die Kaffeepflanze an, ist immer wichtig, so, jetzt können sie schön durchwurzeln und wachsen. So, jetzt, da wir die Samen vorbereiten, machen wir mal das Wackerl auf. So, so schauen die Samen jetzt aus. Und jetzt, da wir 24 Stunden in Wasser. Und die zweiten auch. So schauen die Samen aus. Und leeren wir einfach in Wasser hinein. In 24 Stunden kann man sie einsetzen. So, da ist die größte Kaffeepflanze mit Früchte. Hat sie oben. Schaut wunderschön aus. So. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut's in die Videobeschreibung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut's Kanal Info. Schaut's bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei Whatsapp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut's den Kanal kostenlos. Abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst sie keine Livestreams mehr. Und keine Videos mehr. Bis zum nächsten Video der Gärtner Janus Murati. Tschau tschau. SERS Onceажу und auf die chuy employees. Schaut's Google her. Und potiert die G 마� jed an. Ne. Schau. Schaut's Peng Skywalker. Suchgov KT Psychology. Vielen Dank.